happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder free fire max ich will wie immer erst beim br ranked spiel beim br spielen mit royal und danach mein cs gleich squat und wünsche euch viel spaß die erste runde im bett royal geht los 97 prozent habe ich schon da bin ich ich sehe keine namen von anderen spielern aber hat ja nichts zu sagen wie ich letztens gemerkt habe gut werde ich nicht ganz schaffen zu meinem blauen fleck hin da müssen wir den rest laufen so in der blauen ebene sind wir schon ich würde sagen wir fangen gleich da hinten an nicht hier vorne vielleicht wäre schon alles dabei gefallen was ich bräuchte ich denke zwar nicht aber ok level 3 rucksack schon mal sehr gut ich suche immer erst ein scharfschützengewehr also eine fernkampfwaffe und eine nahkampfwaffe nahkampfwaffe habe ich zwar jetzt schon vielleicht finde ich meine lieblings nahkampfwaffe meine torg sieht nicht danach aus also hier war sie nicht dabei noch nicht mein scharfschützengewehr noch nicht mein scharfschützengewehr da ist scharfschützengewehr f ok ok ein scharfschützengewehr haben wir schon mal einmal nach vorne schauen also maxim wäre auch nice aber nichts dabei schade nein vielleicht hier oben nochmal was granatwerfer ist keine torgel gefunden naja ich habe ja hier die dingens eine schrotflinte mit der ich zwei schuss habe mit den zwei schuss muss ich halt sofort richtig treffen sonst dauert das nachland zu lange und die torgel jetzt hier irgendwo zu finden das ist sehr unwahrscheinlich kommst du auch ab und zu mal vor aber meistens finde ich sie wirklich nur in den blauen aber meistens finde ich sie wirklich nur in den blauen ich bin eigentlich sehr stark von ausgegangen dass ich sie nicht mehr finde aber ich habe sie doch noch gefunden noch keinen anderen spieler gesehen ich bin ich bin Okay. Das ist doch die Maxime. Die ist jetzt auch noch genommen hätte. Gut, da war auch noch einer, dass zwei Stück sind hier. Jetzt kreize ich kein von den beiden. Oh, der ist tot. Aber nicht von mir. Da hinten läuft einer. Okay. 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 Ich dachte, er wäre weiter weg gewesen. Nice. Nicht schlecht. 20 Ks hat er. Ich dachte, er wäre weg gewesen. Da habe ich gesehen, wieder um die Ecke gesprungen. Da war mein Leben schon zu laut gewesen. Dann war ich down. Ich habe, glaube ich, nichts, was du haben möchtest. Okay, das hatte ich noch gehabt. Warum hat er das benutzt? Naja, zwei Leute noch da. Okay. 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 Das wird spannend, oder? Hat er sich selber fast abgeschossen. Gleich hast du keine Mauer mehr. So wie jetzt. Großer Fehler. Die Waffe ist scheiße. Ist so weit weg. Nimm die andere. Ja, genau die. Ja, genau die. Jetzt hast du ihn. Genau. Richtige Waffe. Nice. Schön. Gut gemacht. Ich war auf dem dritten Platz. Denke ich. Ja. Dritter. Schade. Ganz knapp. Aber war eine gute Runde eigentlich. Das war jetzt nicht so mega spannend gewesen, aber war gut. Ist aber. Bis gleich. Okay. Die zweite Runde geht los. Dann nehme ich am Anfang erstmal eine Weste und ein Pilz. fazer nur eine nicht so sehr, die künstler. Das war echt nicht so sehr. Wäre terminiert. Ich bin speziell genug für die Waffe nicht so sehr, die zu sein. fahr ja nicht auf meiner seite? warum muss er jetzt auf anderen? ach das sieht genauso aus nice nice schmeißt einer eine waffe weg oder? ich glaube nicht was nehmen dann? nehme ich die m4 a1 baby alex boah bein auf meinen kopf gefallen die liegen schon alle auf dem bohnen da hinten hm ich sehe gerade meine west ist ja kaputt kauf uns mal schnell eine neue hier gibt's ressourcen hier gibt's ressourcen lehr hin her hin her her hin her 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 b die her her Racken? Racken? Reparieren? Rappen? Racken? Racken? Ich hab einen Kill erst gemacht. Meine Güte. Hier gibt's Ressourcen. Ein Scharfschützengewehr? Was war los? Warum sind die alle so schnell gestorben? Ich hab nur, glaub ich, einen Kill gemacht. Das war's? Na ja. Ja, ein Kill gemacht. Für 118 Schaden. Okay, die anderen waren auch nur so dritt. Deswegen ging es ein bisschen schneller. Aber... Trotzdem, zu schnell. Wir haben auch nur 2 Kills. 1800 Schaden. Ja, was soll ich mal sagen, ne? Hab mal noch mal solche Runden, die man gewinnt, wo man eigentlich nichts macht. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal mal seid. Bis dann, bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.